Welche Vorteile bietet Leganto aus Ihrer Sicht als Student und inwiefern erleichtert Ihnen Leganto das Studium? Zum einen hat man eine komplette Literaturliste, die der Dozent natürlich auf Leganto stellen kann. Und so kann man genau wissen, zu welchen verschiedenen Sitzungen man welche Literatur lesen kann, beziehungsweise auch weitere führende Literatur dann für den weiteren Verlauf des Studiums benutzen kann. Außerdem hat Leganto eine große Kommentarsektion, in der man auch auf andere Kommentare von Dozierenden oder Studierenden antworten kann, sodass sich schon im Online-Forum sozusagen Diskussionen bilden können. Wie ist Ihre persönliche Erfahrung mit der Nutzung von Leganto? Es ist sehr einfach in der Philosophie, sich in den ganzen Texten zu verlieren. Und da ist es immer sehr hilfreich, wenn man eine komplette Literaturliste zur Hand hat und dort auch verschiedene Textstellen markieren und kommentieren kann, sodass man Fragen nicht vergisst und sie dann später zum Mal im Forum oder auch in der Seminarsitzung dann erneut stellen zu können. Wie erleichtert Ihnen Leganto das Studium? Dadurch, dass es so eine ausgereifte Kommentarsektion gibt, hatten wir die Möglichkeit, im letzten Semester ein Manuskript zusammen mit unserer Dozierenden anzufertigen. Sie hat einen unfertigen Text, den sie dann veröffentlichen will, auf Leganto hochgeladen und wir konnten dann Kommentare schreiben, welche Passagen vielleicht geändert werden müssen oder welche Sachen unverständlich sind, ob noch Fragen offen waren. Und somit konnte man interaktiv ein Manuskript herstellen, das dann irgendwann später zu einem Buchkapitel wird. Verwenden Sie Ihre Kurslisten auf dem Smartphone, PC oder Tablet? Ich persönlich verwende Leganto eher auf dem Laptop bzw. auf dem PC. Das liegt aber daran, dass ich es eher mag, wenn ich einen größeren Bildschirm habe, um mir zum Beispiel Sachen zu markieren oder Notizen zu machen bzw. Kommentare zu verfassen. Das ist irgendwie besser als auf so einem kleinen Display auf dem Smartphone. Aber wenn ich mal kurzfristig auf irgendeine Textstelle zurückgreifen möchte, dann kann ich das natürlich auch durch das Smartphone machen. Gibt es noch etwas, was Sie zum Thema Leganto ergänzen möchten? Ich finde es immer gut, wenn Programme oder Online-Programme viel mit anderen Programmen interagieren können. Zum Beispiel, dass man das Leganto auch als Tool in den ISIS-Kurs mit einbauen kann und dass in Leganto auch immer angezeigt wird, ob die jeweilige Literatur in der TU-Bibliothek vorhanden ist, sodass man, wenn man dieses Buch oder diesen Artikel braucht, gleich weiß, in welches Stockwerk man gehen muss und in welchem Regal man gucken muss. Das macht alles sehr viel einfacher.